ich versuche gerade auch ins klugzeug reinzukommen aber das funktioniert nicht so gut jetzt perfekt was sie mal wie eine mission von das war der martin schwert das nebenmissionen wer ist das bewaffneter valley konvoy oder okay ich weiß was ich gleich gemacht habe ich habe geschossen auf einmal kam das hinterteil vom flugzeug dieser kleine flügel von unserem flugzeug ist auf einmal vor mich gekommen und ich habe das glaube ich angeschossen das glaube ich explodiert das ist doch so ein scheiß alles explodiert jung und ich dachte dass wir übertrieben bei wie dieses gott jetzt liege ich jetzt du bist aber schon drin oder okay versuch uns nicht wieder zu töten was heißt sie wollen wieder versuch uns nicht wieder zu töten was ist denn das für eine scheiße das ist sonst nie explodiert wenn ich gegen den flug wenn ich gegen den baum okay alter es brennt schon es qualmt das flugzeug qualmt mal und das flugzeug qualmt aufzuschießen ich habe sogar noch das flugzeug qualmt und er schießt einfach weiter wenn die flur nenne ich auch so oder die flugzeug abstürze ja das trifft vielleicht sogar noch ein bisschen besser so lasse einfach gleich dinge der richtige mission machen der haupt ja noch der hier oder nach nach der hier oder wie brech ich die ab dahin nein ich lebe noch ich drehe mich jetzt hier gerade die ganze zeit wo wissen du lassen auch einen scheiß machen ja um eine folge zu füllen marlon eine folge soll nicht acht minuten gehen ich habe mir den timer so 15 16 minuten am besten noch deswegen lass doch die nehmen ach da bist du ja wieder ich finde das flugzeug sieht immer noch gut aus ich war das jetzt schweißbrenner man willst du sein lieber fliegen hat was schon gemacht okay weil nämlich gerade stand schweißbrenner benötigt also gut lass die konvo ist das der stadt oder slack hat richtig rum das spiel irgendwie wir machen die aufgabe ja haben wir möchte erwischen ich weiß es nicht ich versuche dieses flugzeug zu erwischen weiß das für ein penetrantes flugzeug dass sie das sieht gar nicht gut aus sehr gut zerstört sehr gut mal und ach du schaffst oh mein gott da das ist direkt hinter uns aber ich kann es nicht treffen wenn du so komisch schießt wenn du so komisch fährst meine ich oh mein gott ich meine fliegt was ist das das weiß ich jetzt nicht als ob da kommende konvoi schnell machen kaputt das ist nicht der konvoi ja mann hast du den konvoi wenigstens was hast du überlebt ja nein ja das ist die harteste hertesten es ist die härteste mission er war was wusste ist unser flugzeug hin das ist aber schon die anderen mal auch kaputt gegangen steig auf steig auf steig auf das tut mir jetzt natürlich leid das kann ja nicht sein dass wir diese konvoi ja wohl kann ich kennen wir können wir die aufgabe abbrechen das machen wir irgendwann anders ja die große exklusive folge das ist vertreibend was ist jetzt wieder passiert was können wir jetzt noch machen wo ist hier noch so eine karte wo ist hier noch so eine map marlon marlon das ist doch öfters durchgespielt du musst du wissen wo hauptquests sind vielleicht doch die doch gekriegt gekrochen ja ich auch man was soll denn der scheiße man kann ich nicht überhaupt töten kann ich dich überhaupt töten marlon ja damals mal neuer charakter entdeckt grace armstrong aber der hat auch wieder neuen aufgaben marlon ok das later ist der ja ist ein bisschen der deputy was für satan du bist was bist du okay dann gucke ich noch was der hier so hat oder so wo ich so geklatscht habe ist hast du das spiel verlassen das muss ich noch irgendwie paar minuten noch alleine film ja bekomme ich wissen der oder sie wahrscheinlich die leiter muss ich hochklettern ja ja Ja. Grace unter Beschuss, verteidige das mittlere Grabmal. Okay, jetzt mach ich einfach so eine Story-Mission noch. Alter. Hey. Warum wollen diese Grabsteine hier töten? Äh, was? Hallo, ich treffe ihn da nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Ja. Ja. Junge. Junge. Alter, was ist das hier? Alter. Was hat das für eine nervige Aufgabe? Ja, aber. Ja, aber. Der lädt noch! Ich bin da so an der Marsch. Hallo, heil dich. Komm schon, heil dich! Warum dauert das jetzt so lange? War's das? Ja, ich hab schon voll viele abgeschlossen. Hallo? Junge! Ich komm hier nicht mehr raus! Ja, das weiß ich doch! Was ist denn das für eine Scheiße? Warum heil ich mich denn nicht mehr? Alter! Was? Keine Ahnung, wer hier sind. Ja, tatsächlich. Ja, Junge, da die Scheißgräber! Oh, ich hab tatsächlich die zwei Gräber tatsächlich zerstört. Ich bin echt ein Vollidiot, glaub ich. Boah! Wie das nervt! Ihr verreckt! Verreckt da hinten! Hm. Nein. Junge, das sind einfach zu viele. Ja. Kann ich jetzt auch nichts dafür. Junge! Wie lange soll ich die Mission auch machen? Das ist doch nicht machbar. Also doch schon, aber das ist ja nicht richtig nervig hier, grad die Mission. Verreckt, verreckt du Wichser! Ja, toll. Was soll ich da machen, ey? Ist eine nervige Aufgabe. Ja, und ich kann ja vor allem auch die Mission gar nicht abbrechen hier. Was ist denn das Mission verlassen? Benutze die Option verlassen den Pass. Ja, mach ich jetzt auch, weil... Die mach ich im Koop. Weil das ist eine Scheiß-Mission, ey. Aber das hat die sogar gespeichert. Ja, okay. Gut, ich mach das jetzt hier noch. Okay. Jo, wie viel er überlebt. Ja, genau. Hallo, ich kann mich schon nicht mehr bewegen. Was ist das hier für ein Dreck? Ja, genau. Ja, aha. Das ist doch lächerlich. Hallo. Ja, als ob. Was ist das? Ja, ich hab doch das Feuer schon gelöscht. Jetzt stirbt doch dahin, endlich. Was ist das für eine Nervensäge? Ja, endlich. Was ist denn das für ein krasser Dude, alter? Ne, Feuerlöscher nehme ich nicht, vergiss es. Der Feuerlöscher kann mich am Arsch lecken. Ja. Stoppen. Ja. Reden. Hm-hm. Funktioniert geil. Funktioniert echt gut. Hallo, ich kann nicht mehr reden. Ubisoft, was soll die Scheiße. Also ehrlich. Ja, endlich. Ja, Grace unter Beschuss. Okay, Leute, da würde ich auch was sagen. Ich beende hier die Folge von Far Cry 5. Im nächsten Mal warten wir jetzt natürlich mit Coop wieder weiter. Und ciao.